Also ich habe mal eine Reportage gesehen, sehr gut. Ich bin so froh, dass du Fernsehen guckst. Das ist genau richtig. Jetzt bin ich gespannt. Und da habe ich mal gesehen, dass schon viele, viele Jahre sowas vom Zahnarzt erfunden worden ist zum Absaugen der Spucke. Und kann sein, aufgrund dessen ist das irgendwann aus dem Mund runtergefallen auf die Erde. Da lag zufällig reiß, gehst alles mit rein. Und das hat natürlich wiederum seine Frau gesehen. Die ehemalige Langläuferin besticht auch in der Läupe und startet beim dritten Schießen und dann mal eine Rettung. Daher rettet immerhin ein deutscher 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020